Bei den Erlebnissen, die hier gemeint sind, erfährt das vertraute Bild der Umgebung plötzlich eine merkwürdige, beglückende oder erschreckende Verwandlung, erscheint in einem anderen Licht, bekommt eine besondere Bedeutung. Ein solches Erlebnis kann uns nur wie ein Hauch berühren oder aber sich tief einprägen. Aus meiner Knabenzeit ist mir eine derartige Verzauberung ganz besonders lebendig in der Erinnerung geblieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erstens einmal sind die Sinne enorm stimuliert. Das ist ein Psychostimulant, ZDF. Das Sehen ist stimuliert. Man sieht intensiver. Die Farben werden leuchtender. Auch die Musik wird intensiver erleben. Es geht um Mark und Bein. Alle Sinne sind stimuliert. Das ist das eine. Das andere, und das ist wohl das merkwürdige, spezifische und wahrscheinlich auch das Unheilige, das Bedeutende ist, dass die Grenzen zwischen ich und Außenwelt, diese Grenzen irgendwie verschwinden. Das ist schon sehr viel, das glaube ich, dass das ein Psychostimulant. Das ist es, die Grenzen zwischen uns, die Grenzen gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020